moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf eine weitere folge kriegs ja wir sind weiter runter und haben sogar diesen vogel menschen jetzt mal geholfen was ist hier weiter als er soll Wir lassen jetzt einmal zurückschweben und dann machen wir es wieder hoch. Guck mal, wo er denn hinfliegt. 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 Hier sind die Bilder immer so recht gruselig, finde ich. Guck mal, wo er denn hinfliegt. Guck mal, wo er denn hinfliegt. Guck mal, wo er denn hinfliegt. Da ist ja auch ein Lichtkegel. Da ist ja auch ein Lichtkegel. Guck mal, wo er denn hinfliegt. Guck mal, wo er denn hinfliegt. Guck mal, wo er denn hinfliegt. Also irgendwie blieb ich noch nicht ganz. Doch, wir müssen den Hund da hinten hinbekommen. Das geht ja auch nicht. Wir müssen ihn, wenn er schwebt, wir müssen den Hund da wegbekommen. Ich muss mal kurz überlegen. Also, er schwebt da rüber. Dann schwebt er da durch. Dann wird er hochschweben. Nee, das kann man wieder auch mal anders. Wir setzen den Hund da hinten hin. Genau, den Hund setzen wir da hinten hin. Dann schwebt der Typ da hoch. Dann machen wir wieder auf für den Hund. Da noch hier auf. Nein. Oh, scheiße. So. Warte mal. Nein, da schwebt da hin. Nein. Da schwebt da hin. Nein. Das ist verkrackt. Das ist verkrackt. Jetzt weiß ich. Was auch. Lass ihn da rüber schweben. Wipp, wipp, wipp. Ja. Nein. Wann ist er kommen? Sie müssen auch mal nach oben schweben. Und da müssen wir den Hund rauslassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt fliegt er nach oben Jetzt kommen wir gleich wieder runter Warum fliegt er nach oben? Er soll auch da wieder zurückfliegen? Ich verstehe nicht ganz Was ist das? Was ist das? So So Oh, das war eigentlich total simpel Dumm ich bin Das war wirklich dumm Das war wirklich dumm Na gut 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 Da hört ihr was neues auf? Na gut 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 Was kann man damit machen? 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 Boah, Millimeter zu kurz. Nein! Ich ziehe es doch von hier, hier runter, hier rein, so, jetzt kommen wir schon wieder drücken. Das kann rauskommen, aber kann endlich schnappen. Mist. Das war dumm. Okay, also das Timing muss ein bisschen anders sein, warte mal. Noch einmal. Das Timing ist anders, also. Das ist anders. Das Timing 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 ist anders. Ja. Das ist doch ein Haare! Das ist doch ein Haare! Was ist denn Leben denn an diesem Dorf? Das ist doch ein Haare! Das ist doch ein Haare! Thau, das ist doch ein Haare! Come on, Hex! We have to go here. Go here! Go here! Go here, please! Go here! Go here! So, wir haben eine gute Fahrt. Gut, aber das ganze machen wir ja beim nächsten Mal weiter, für heute reicht es. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss!